Liebe Lauinger Bürger, wir präsentieren Ihnen Impressionen des städtischen Kindergarten Kurlandstraße. Die Stadt Lauingen freut sich Ihnen, den Kindergarten visuell näher zu bringen, um Sie bei der Einschreibung zu unterstützen. Durch diesen Service bieten wir Ihnen eine Besichtigung unserer Einrichtung auch ohne Präsenzbesuch vor Ort an und freuen uns über Regennutzung des Angebotes. Sollten Sie Fragen haben, finden Sie auf unserer Medienwebseite weitere Informationen sowie Links und Kontaktmöglichkeiten. Das Team des Kindergartens Kurlandstraße freut sich auf Ihr Kind und auf eine wundervolle Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern und wünscht Ihnen nun viel Spaß mit dem Video und den Bildern unserer städtischen Einrichtung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017